Eine Liebe, eine Leidenschaft, eine Faszination, die sie alle verbindet. Birds and People, ganz verrückt auf Vögel. Amüsante, spannende und kuriose Geschichten. Von Menschen und Vögeln. Ganz alleine auf einer Vogelinsel. Ein Leben für die Mauersegler. Engagement für den Wanderfalken. Haben Sie das Schild nicht gesehen? Der Waldraab zurück in die Wildnis. Kommunizieren mit Dohlen. Blick ins Atelier eines Vogelmalers. Über die Kunst, die Stimmen der Vögel zu imitieren. Ökotechno mit Vogelgesang. Unglaubliche Bilder außergewöhnlicher Freundschaften. Freuen Sie sich auf einen besonderen Film. Eine Hommage an engagierte Menschen. Birds and People, ganz verrückt auf Vögel. Im Kino. 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 Untertitelung des ZDF, 2020